Ich bin so doof. Hä? Wieso ist die zu? Warum? Wer hat den Schlüssel? Gibt es nicht einen anderen Eingang? Komm schon. Ah, Treppenaufgang. Tadaa! Oww. Oh. Wir müssen mehr holen. Ich? Wenn ich die nicht gesehen hätte, wäre ich wieder durchgelaufen. Sind wir wieder zu schwer? Och, ist nicht wahr. Okay, jetzt können wir wieder laufen. Ach! Was war hier gerade? Ach, das war die Tür. Okay. Okay. Was ist das? Machen die ja schon geschickt. Was? Okay. Das war schnell. Kennwort für Abregelungscomputer. Teuflisch verschämt. Okay. Okay. Brown Floor. Ja, da gehen wir noch nicht hin. Wir haben hier noch zu suchen. Ach, du Scheiße. Wir haben hier noch nicht hin. Okay, da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Und hier waren wir auch. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt nach unten. Was war das? Ach, nix. Die Spiele sind sonst weg. Achtung! Aua! Der will andersrum laufen. Wo ist er hin? What? Los! Raus aus dem Versteck! Äh, ist kein Versteck. Ich bin auf dem Klo. Und wo bist du? Ja, das ist richtig. Oh, das ist ein Überlord. Ah! Ne, 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 ne! Hier bleib! Nicht abhauen! Uh, bleib's schön! Ei! Vielen Dank für den Schlüssel! So! Welpen! Tiefschlaf! Sie können überall tiefenfest schlafen. Sie erhalten unabhängig davon, in welchem Bett Sie schlafen für acht Stunden den Vorteil gut ausgeruht. Sprint des Sensenmanns, wenn Sie alle Ziele empfinden. Ja, massiertes Feuer. Was? Massiertes Feuer? Mit dem extra massierten Feuer erhalten Sie einen automatischen Bonus von fünf Prozent, um einen Körperteil zu treffen, wenn Sie mehrmals hintereinander auf diesen Körperteil ziehen. Medikamentenresistent. Ja, das wäre geil. Gesetzesbringer. Auftragskiller. Apotheker. Mit dem extra erhalten Sie die Wirkung aller weniger doppelt so lange. Robotikexperte. Kannibale. Nein. Tierfreund. Das wäre... Haben wir schon. Nerdwot. Sie wurden lang genug herumgeschossen mit dem extra. Nerdwot erhöht sich Ihre Stärke auf zehn. Gleichzeitig steigt Ihre Schadensresistenz um 50 Prozent, sobald Ihre Gesundheit auf 20 Prozent oder weniger sinkt. Oh, das ist cool. Nachtmensch. Nach Sonnenuntergang steigt Intelligenz und Warnung bei Nachtmensch um zwei auf maximal zehn Punkte. Dieses extra beeinflusst direkt die innere Uhr und ist sowohl drinnen als auch draußen aktiv. Wie ist das hier unten mit den Medikamenten eigentlich ganz nett? Wie ist das hier unten mit den Medikamenten eigentlich ganz nett? Das ist interessant. Jo. Das nehmen wir. Können wir ein bisschen mehr mitnehmen. So. Laserpistole. Halt ruh. Komisches Vieh. So, von da sind wir gekommen. Jetzt können wir durchsuchen. Alles klar. Oh. Bombe? Keine. Noch nicht. Ach du Scheiße. Was hättest du nicht machen sollen, ne? Egal. Kannst du dich hier wieder ausschalten? Ne. Hier? Ne. Wir wirklich. Wirklich. Wie? Ha... Hauptsache mal irgendwas angemacht. Ey. Na, wo ist er? es geht sogar noch weiter runter aber wir gehen noch nicht runter wir sind nicht durch naja hier haben wir gekämpft wie sind sie hier reingekommen ist doch egal jetzt geht die den feuchten dreck an ich wollte schon sagen treffe ich das ding gar nicht mehr oder was es kommt mir so bekannt vor ja klar ich setze mich hierhin so schätzelein ich mach mal hier die tür warte mal ich rede es nicht einfach hier zurücklassen schnell tür auf ja ja schön langsam sie retten mich danke ich dachte wirklich bereits wir wären erledigt ich glaube die anderen sind tot oder noch was schlimmeres als ob ich das nicht wüsste jetzt müssen wir nur noch einen weg nach draußen finden alle anderen sind entweder tot nun aber bisher ist niemand ich hänge doch hier nicht rum damit mich irgendein super mutter es gibt und bleibt doch einfach da ok dann bleibt doch einfach da das sind türen nach draußen ok auch wenn ihr alles sehr her damit halt hätte mit sie sind nicht mehr gut auf die ausgeruht so unser laser gewehr können wir verbessern hey wo ist es da können wir nicht verbessern warum nicht ach hatten wir doch gar nicht dann brauchen wir es auch gar nicht stimmt das war eine laser pistole die pistole ist irgendwie effizienter gerade das war der ausgang das war das wir müssen noch nach unten da lang bei hat es es wie Du Freak! Willst mich fressen, was? Ich hoffe, du erstickst an meinen Knochen. Nicht deine kleinen Knochen, kleiner Mensch. Stopp! Ich bin der Knochen. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wenn Sie das sagen, Boss. Aber wenn wir in Big Town ankommen und Sie ist nicht... Naja. Och, was kriegst du denn? Ähm... Die Kampflinte und ein bisschen Material, oder? Ich bleibe dicht. Sehr gut. Wir müssen nämlich hier noch suchen. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Man hat wohl sehr hier gespielt. Oh, was haben wir denn da? Eine Fat Man. Cool. Den nehmen wir. Können wir reparieren. Hm. Sehr nice. Kleiner man. Okay. Okay. Bin ich jetzt grad doof? Wo sind denn die Ze... Da ist sie doch. Wir können in Big Town wiederreden. Unter diesen... Oh je. Oh je. Ne. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. Aber wir sind doch... Fertig. Wir können doch gehen. So. Und jetzt? Müssen wir nach Big Town, oder was? Ne. Ich muss ins Mienenfeld. Oh, das wird was. Das warte mal. Shorty sicher zurück nach Big Town. Red sicher zurück nach Big Town. Wo müssen wir denn hin? Da lang. Okay. Wir müssen also doch erstmal was anderes machen. Jo, dann äh... Machen wir dat. Dann machen wir dat. Ist nicht weit weg. Big Town ist recht nah. Da unten ist die Kirche. Meiner an sich noch machen wir da schon mal. Da unten laufen geht. Läuft jemand. Angeblich waren wir noch nicht bei der Kirche, oder was? Doch. Nein. Jetzt schmiert mir das Spiel ab. Das ist nicht gut. Komm schon. Hey, wo waren wir? Gut. Also nochmal. Da lang. Wir sind bedrooms. Wie sept Dean. Gleisebücher. Ken. Nach Heller. Wie. Wir stehen. Auf Dieциfre. Gleisebücher den Superm calls Oh, die sind ja jetzt auf unserer Seite. Stimmt. Da hinten brennt Licht. Das sind Hunde. Sind die auch auf unserer Seite? Oh ja, hallo bissiger Hund. Du bist kein bissiger Hund mehr, das ist gut. Aber hier ist was. Oh nein, 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 nein. Scheint wohl eine Problemstelle zu sein. So, andere Waffe. Was? Der Kettengläser ist leer. Wetter heißen. So, hier war doch eben eine. Vielen Dank, Hundis. So, und dann Überlord. Oh, shit. Das ist nicht gut. Ja. Mist. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Okay, wir müssen woanders lang. Das müssen wir später machen. Ist da jemand? Sshht. Nichts machen. Schau, Mann. Wo? Ach, Scheiße. Komm mit, Shorty. Dafür haben wir keine Zeit. Dafür haben wir echt keine Zeit Komm jetzt Shorty Ist nicht wahr Oh Gott Nein, nicht wieder abstürzen Ach, wieder abgestürzt Nun gut, schönes Wochenende Wir sehen uns Au revoir Vielen Dank.